55 Uhr Zeit? Können Sie das nochmal wiederholen, die Zeit? Also meiner war 10.05.1955 und die Uhrzeit 10.13 Uhr. 10.05.55? Ja. Und 10.13 Uhr? Ja, in Osnabrück. In Osnabrück und Ihre Frage? Es geht darum, ich wohne jetzt zur Zeit in Berlin, ob ich wieder in mein Elternhaus zurückziehe. Auf der Stelle möglich. Aha. Wäre das auch gut? Das wäre gut. Aber es geht um so eine Erbschaftsgeschichte und ich bin da halt sehr am Überlegen. Nein, müssen Sie nicht überlegen, würde ich annehmen. Ja, es hat mit vielen anderen Geschichten. Schauen Sie, würde ich annehmen, Sie haben gute Daten. Können Sie mir noch einen Partnerschaftsvergleich machen zu meinem Freund, ob der mitkommt? Moment, Moment, Annette, es reicht uns von der Zeit nicht mehr. Oh, schade. Es reicht uns von der Sendezeit nicht mehr. Also einfach die Hotline anrufen in dieser Geschichte oder eben mich privat. Meine Adresse wird gleich eingeblendet. Okay. Okay. Danke. Danke auch. Tschüss. 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 Die Adresse wird jetzt dann angeblendet. Also jetzt meine Adresse nochmal, wenn Sie von mir ein Horoskop wollen. Ich wohne in Mannheim, 68 219 Mannheim. Tschüss. Danke für Sie.